Verein auch gebührt, aber dass wir auch in Phasen, wo es mal nicht so rund läuft, das ist im Sport halt auch mal so der Fall, dass dann der Weg nicht verlassen wird. Ich meine, das wünsche ich mir am meisten, dass wir kontinuierlich daran arbeiten, immer besser zu werden und dass man auch mit Rückschlägen dann auch umgehen kann. Am vergangenen Sonntag traf der 1. FC Kaiserslautern auf den Karlsruher SC und alles war für ein hitziges Südwestderby angerichtet. Die Choreo des KSC wurde geleakt, der neue Wildpark war halb leer und die DFL setzte ihren besten Schießrichter auf diese Partie an. Im Nachhinein muss man sagen, dass Florian Heft eine gute Leistung gezeigt hat und alles unter Kontrolle hatte. Zurück zum Sportlichen. Der 1. FC Kabe über weite Strecken des Spiels die klar bessere Mannschaft, schaffte es aber nicht, trotz zahlreicher Großchancen in Führung zu gehen. Nach 70 Spielminuten ging der KSC in Führung und besiegelte in der 95. Minute mit dem 2 zu 0 die Niederlage der Roten Teufel. Obwohl man als Aufsteiger auf dem 8. Tabellenplatz steht und im schlimmsten Fall auf den 9. Rang abrutschen könnte, hängt bei vielen Fans der Haussegen schief. Nach nur einem Sieg aus den letzten 11 Spielen wird der Kopf von Cheftrainer Dirk Schuster gefordert. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, die Mannschaft fußballerisch nicht weiterentwickelt zu haben, doch vergleicht man beispielsweise die beiden Spiele gegen Karlsruhe, ist eine deutliche Verbesserung zu erkennen. Mehr Ballbesitz, eine deutlich höhere Passquote und viel mehr gespielte Pässe zeigen, dass das Trainerteam und die Mannschaft bemüht sind, attraktiven und dominanten Fußball zu spielen. Auch gegen Arminia Bielefeld waren die Statistiken besser als im Hinspiel und da spielte die Arminia für eine komplette Halbzeit in Unterzahl. Das Problem dabei sind die ausbleibenden Ergebnisse, weswegen der FCK in der Rückrundentabelle auf Rang 15 steht. Für viele Grund genug, den Trainer zu entlassen. Doch den Trainer wegen einer ergebnistechnisch schlechten Hinrunde zu entlassen, ist genauso kurzsichtig, wie nach der Hinrunde und dem vierten Tabellenplatz vom Durchmarschen die Bundesliga zu träumen. Am Ende ist es entscheidend, wo der Verein nach 34 Spieltagen steht und das ist die obere Tabellenhälfte. Damit hat Dirk Schuster das geforderte Saisonziel sogar übertroffen und Geschäftsführer Thomas Hengen kann schon lange für die neue Spielzeit planen. Zudem prognostizierten Hengen und Schuster eine deutlich schwerere Rückrunde, doch das will so mancher Fan nicht wahrhaben. Die Situation rund um die damalige Entlassung von Marco Antwerpen kann man mit der aktuell nicht vergleichen. Um Personen, um Einzelschicksale, hier geht es um den Erfolg des Vereins. Der 1. FC Kaiserslautern hat eine riesen Chance, was zu erreichen. Damals ging es um den unerwarteten Aufstieg in die zweite Bundesliga. Zur Zeit spielt der FCK mehr oder weniger um die goldene Ananas. Dazu war die Mannschaft in den letzten drei Partien fast schon chancenlos. Im Moment ist der FCK an fast allen Spielen die bessere Mannschaft und das als Aufsteiger. Dirk Schuster im Hinblick auf die möglicherweise schwerere nächste Saison zu entlassen, macht auch keinen Sinn, weil keiner in die Zukunft schauen kann. Wenn der 1. FC Kaiserslautern mit Schuster zur neuen Saison um den Aufstieg mitspielt, sind die damaligen Kritiker plötzlich die größten Befürworter. Wenn der FCK nach zehn Spieltagen auf dem letzten Platz steht, haben es alle schon früher gewusst. Es wäre auch kein Weltuntergang, falls die Mannschaft schlecht in die neue Saison starten würde, denn auch Ante kämpfte die ersten acht Spieltage gegen den Abstieg. The rest is history. Dass Dirk Schuster entlassen wird, ist meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich, weil er trotz der Schwächephase die Saisonziele erreicht hat und der FCK die Planung für die kommende Saison komplett über den Haufen werfen müsste, weil ein neuer Coach auch andere Vorstellungen hat. Zudem müsste man zuerst einen passenden Nachfolger finden und dieser müsste auch erfolgreich sein. Von außen betrachtet scheint das Verhältnis zwischen Trainerteam und Mannschaft intakt, sonst würden die spielerisch guten Leistungen der letzten Spiele keinen Sinn ergeben. Und spricht überhaupt noch jemand über das so katastrophale Verhältnis zwischen Schuster und Klement? Dafür, dass die beiden sich hier hassen und im Sommer nur einer von beiden noch da sein wird, spielt Philipp Klement seit zwei Spielen wieder von Anfang an und gibt sogar Interviews nach dem Spiel. Ich glaube, dem FCK geht es aktuell zu gut, ansonsten kann ich mir die Tränen herausrufen und den Fall Klement einfach nicht erklären. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Like und auch gerne ein Abo da.